Wie kommt man in die Weapon Chester? Kommt man in die Autos rein. Das geht, glaub ich, nett. Wer will das nehmen? Ich natürlich. Oh, da liegt was Gutes. Da liegt ne schöne Schrottflinte. Also stimmt das, was uns vielleicht der Claptrap zeigt. Gib das mal eben ab. Ja. Ich komm mit und film das. Warte, der Kameramann läuft. Ich bin persönlich kein Kameramann. Und hier sind die Frameraten auch immer wieder besser. Wo bist'n du? Ach da. Und der läuft um die Ecke. Hä? Wo läufst du denn hin? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schlau auf die Hinterher. Ich schau die Kamera. Und jetzt sehen wir beide hier. Zack. Jetzt geht er ab und zeigt uns das. Ja, hoffentlich. Wow. Oh. Ganz ruhig. Schnell, hier entlang. Ja. Schnell, hat er gesagt. Schnell, hier entlang. Wir kommen dir hinter. Ich find den so geil. Bipa pupu. Dass der alles so sich behält am Zahlen. Öffne dich. Öffne dich. Das ging aber fixig, Karte. Und noch ne Weapon-Chest. Was da wohl drin ist? Stimmt. Eine Waffe. Oh, das ist aber schön. Ein Messer sogar. Repeater, noch. Das ist ein Revolver, den brauch ich nicht. Hier unten steht noch eine. Nachschub ist immer gut. Und noch mehr. Oh, Repeater to the max. Und da ist noch ein Repeater drin. Oder ist das ein Revolver? No. Wo geht's da hin? Das ist ja kratzi. Gehen wir einfach mal eine Runde runter, ne? Da unten wäre aber trotzdem noch eine schöne... Genau, das war die doch, oder? Nee, die ist noch zu. Nee, die ist noch zu. Oh, da kommen Gegner. Geile SMG. Super. Damit hab ich nicht gerechnet. Hast du wehgetan? Wow. Junge, die sterben. Ach, X ist ja gar nicht gehn. Please go, Daniel. Aber da gab's noch richtig schöne Schrotfliegen. Der war nicht. Eine blaue. Mit Zielmoppeten drauf. Hier geht's weiter zu einem... Tor. Hier oben. Ich hab hinten müssen wir lang. Liegt der gerade auf den Kopf gesprungen? Kein Problem. Schon okay. Da ist eine. Ach, guck mal. Ja, der blöde Tussi. Der hat sich von den Banditen einsperren lassen. Nee, 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 nee. Und jetzt will sie dafür so rausholen. Das kannst du aber vergessen. Wumm. Wo müssen wir das denn abliefern? Sprich zu dem Falken. Hier bei der Tussi. Hm. Wie ich sehe, hast du entweder meine Nachricht erhalten oder bist für einen weiteren Botengang hier. Vermutlich hast du mich jetzt, ja. Aber glaube mir, es war nie meine Absicht, dich in die Irre zu führen. Wow, jetzt müssen wir die Echo-Kommando-Konsole finden, damit wir das wieder aktivieren können, wahrscheinlich. Wie ging der nochmal, ähm, Dings finden? Dings finden? Also hier, ähm, Punkte zuteilen. Kar. Kar wie Klosbrühe. Machen wir das mal. Wow, jetzt bin ich so tödlich, ey. Tödlich fünf von fünf. War da unten noch was? Ich glaube, da geht's weiter. Nee, hier geht's weiter. Sicher? Weil hier sind Gegner und alles. Und hier ist ne Konsole, wo es weitergeht. Kann man das benutzen. Ich geh mal hier weiter. Äh, weil... Vielleicht kommen wir dann da, wir haben den Chester-Team. Oh, der lädt... Ah, hier geht's jetzt bestimmt rein. Wie kann man das nochmal? Waffenkiste C. Ich glaube, ich ändere das hier auf X. Wenn ich nicht auf falsche Gedenken komme. Oh, ist so still hier. Schnell. Schöne Zombies? Ja. Ich wollte mich gerade nach rechts lehnen, aber hier ist nur Scheiße. Und hinter mir. Und im Spiegel. Hahaha. Haha, lustig. Hier ist nix. Warum gehen wir da oben nicht lang? Weil's da, glaube ich, nicht lang geht. Oder doch? Kann doch sein. Was war das jetzt für ein blöder Lüftungsschacht? Da denkt man, wow, voll cool. Ich hab die Kommandelszentrale gefunden. Und was sagt die? Kann die benutzen. Finde Echo-Konsole. Es scheint die Echo-Kommando-Konsole zu sein, die Tennis erwähnt hat. Jetzt einfach ihre Anweisungen befolgen und das ist Thema, Team. Reaktivierung. Jetzt müssen wir drei Transmitter-Konsole reactivieren. Transmitter-Konsoles. Oh, da geht die Tür offen. Ich wirf direkt mal Granaten rein. Ich zieh den Kopf gar nicht von dem, da. Ich mach nur Schaden. Ich muss auf den Kopf ziehen, dann. Ja, mach ich doch. Da muss ich mit Blitz machen. Bleib stehen. Da, was ist da wohl getroffen? Ist das ein Sniper? Jo. Der hat noch ein bisschen getanzt. Vicious Sniper. Was hat der? 251 Schaden, aber keinen. Oh, ich glaub, der Tank explodiert bald. Welcher Tank? Oh, das stimmt. Das sollten wir vielleicht vorwegnehmen. Guck mal, was hier oben ist. Das ist immer noch die... Ja, hier waren wir doch schon. Das ist immer noch die Kiste. Seht ihr den Shotgun da drin? Ja. Ich holen. Geht nicht. Aber vielleicht kommt man jetzt hier rum. Ach, guck mal. Rain, das ist doch was für dich hier. Mit Blitzschaden. Das ist bestimmt gegen Sheldon. Mit Blitz. Static Sweeper. Oh, da geht's raus in the Crimson Enclaves. Wollte gerade G drücken. E. Komm, Herr Anführer, initialisieren Sie doch bitte mal eine Reise. Und ich stelle Ihnen keinen Schluck. Re... Was ist hier los? Da wollte die Rain auch noch mal eine eigene Reise initialisieren. Dann reicht dir das nicht, wenn ich das mache. Zack, ist er dazwischen und hat das geklaut. Wie schnell das hier geht. Ist ja herzallerliebst. Ey, die werfen hier Granaten rein. Was ist das denn? Oder was? Ja. Gut, dass wir hier an die Tanke. Die kämpfen gegen irgendetwas anderes. Kämpfen gegen sich selbst. Taktiker, Klaas. Ranger. Ne, ich möchte bitte schärfer Schütze bleiben. Kau erst mal Medikamente ein. Morphium und so. Na, ein bisschen Sniper-Munition könnte vielleicht nicht schaden. Könnte vielleicht schaden. Oh. Was ist los? Was ist los? Was schießt denn hier? Ein Erz-Wächter und ich mache voll wenig Schaden. Krass. Also das Vieh ist ganz schön widerspenstisch. Wo ist denn da überhaupt der Hit-Point? Für kritisch. Da. Oh, wie der weggeflogen ist. Hier liegt ein schönes Wäffchen für den Rändchen. Für das Rändchen. Okay, das hilft. Haben wir sonst nur Müll? Ich höre was. Ja, auch Musik heißt das. Wir müssen da hin. Nach rechts. Was ist das Maximal-Level bei Borderlands? Gibt es das überhaupt? Oh, Alter. Ich will mich nerven, nur der Fast. Don't nerf me. Explosiv Longbow. Und ne Simke. Oh, da kommt einer an. Mit dem Rücken. Oh, was hab ich denn gemacht? Nein. Wow, der schießt mit Agetan auf mich. Junge. Geht's dir noch gut, Rocket Noob? Rocket Noob. Wo ist er denn? Der ist tot, glaub ich. Jetzt. Hier findet man ganz schön viele Raketenwerfer. Das ist hier voll großartig, ist das ja. Dass die Sirene sagt. So warm, ich fließe hier gleich weg. Du warst so hart. Und dann noch diese Aufregung beim Spielen. Freie Schüsse, du machst die Tore, du bist so pro. Ja, eigentlich wär's nur einer gewesen. Der erste ist daneben gekommen. Oh, da oben auf dem Deckskin. Was? Was geht hier jetzt? Göttling. Alter. Fuck, ich geh mal in die Konsole. Fuck, ich geh mal in die Konsole. Ich schieß so daneben. Schön mit anzusehen. Ich schaff mir eben eine Granate. Alles klar, ich suche die kurze. Wo hast du da hingeschmissen? Geht das hier rein? Ja, ne? Ach, da muss ich kurz mal gähnen. Da ist einer. Wo? Da hat gerade einer rumgebrüllt. Ich hab auch ihn gehört. Böhmisch. Böhmische Dörfer. Ach, da geht's hoch. Huch. Oh, Blue Screen hier. Ehrlich? Ja. Bei der Hitze ist, das kommt das vor. Ach, guck mal. Oh, mein Freund hier. Die schreien immer so erbärmlich, weil die von Säure zerfressen werden. Oh, ein Schnipper. Das nehmen wir uns doch mal mit. Und dann noch was. Pistolero. Brauche ich nicht. Ich will Hackernschütze bleiben. Aber was war das? Ach, ich will doch nicht. Mensch, immer dieses Granat werfen. Was war das denn jetzt für ein Sniper? Dieser... Was? Was? Warum nicht? Da jüngt sie einfach da runter, ohne sich ein Bein zu brechen. Und ohne zu sterben, obwohl ich nicht elegant runtergepft bin. Elegant. Bitte. Elegant. Elegant. Ja, super. Da hinten. Vielen Dank.